Einfach zum Seele baumeln lassen. Wunderbar. Wir haben da reingesetzt und dann hier. Dann sind wir hier den Federbach runter bis da. Da haben wir Picknick gemacht. Das Ganze dann sehen, oder? Das sieht immer schwierig aus. Wir genießen hier unser Picknick am Ufer. Das ist Federbach. Richtig lecker, mit frischen Baguettes. Damit grüße ich euch alle. Auf Wiedersehen. Tschau. Dann sind wir wieder zurückgefahren. Und dann in die Richtung weiter. Bis da. Bis zur Brücke. Und dann sind wir wieder umgedreht. Und sind so wieder zurück. So ist ein Soberatzer Lumpes. Und dann geht es dann mit dem Großen. Ja. 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 Oh, der liegt. Na, das wird schwierig. Jetzt da sitz mal fest. Ja, okay. Wenn es geht. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir haben jetzt 10 vor 5 Sind wir insgesamt so 4 Stunden Fast 4 Stunden gepaddelt Also was sei euren Besann ist Jetzt müsst ihr hier richtig noch den alten rein Da kommt ein Arm raus So wie der Einfach drüber Da ist noch ein Stück Ja, cool Ja, schön Ich werde es morgen in den Schultern merken Und tschüss Ich werde es morgen Ich werde es morgen Ich werde es morgen Ja, cool